Natürlich haben wir auch selbst entschieden, sehr alternativ zu leben. Unser älterer Sohn geht auch nicht in den normalen Kindergarten, sondern wir haben halt selbst eine Elterninitiative. Dementsprechend ist das natürlich auch alles ein bisschen weniger Betreuung, als andere Eltern das so haben. Jetzt gerade die letzten Wochen ist es halt einfach anstrengend, neben den zwei Kindern, die dann die meiste Zeit des Tages halt auch noch zu Hause sind, alles andere zu managen. Bis zum nächsten Mal.